Den Schrein könnt ihr hier finden. Am Anfang müsst ihr nur kurz abwarten, bis der Hydrant euch eine Brücke gebaut hat. Danach solltet ihr zuallererst den Gegner ausschalten. Setzt eine der Plattformen in die Zeitumkehr, damit ihr damit rüberfahren könnt. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder packt ihr sehr viele von diesen ganzen Plattformen zusammen, und zwar einer Brücke, oder ihr nutzt die Zeitumkehr. Um im Schrein jetzt weiterzukommen, müsst ihr die Kugel mitnehmen. Die Kugel kann man ganz einfach mitnehmen, indem man sie in die Hand nimmt, damit dann auf eine Plattform springt und sich von der Plattform rübertreiben lässt. Bei der letzten Passage lasst ihr euch erstmal mit dem Ventilator nach oben treiben und holt euch einen Hydranten. Schaltet den Hydranten dann an und lasst euch damit eine Plattform erstellen. Nimmt diese Plattformen dann raus und stellt den Ventilator drauf. Am besten ist es, wenn ihr den Ventilator oben drauf packt, denn wenn ihr die Plattform in die Lava setzt, dann kann sie dadurch nicht wegtreiben. Wenn ihr das drauf könnt, dann braucht ihr den Ventilator dedans. Also, ich noch ein paar Meter rauskommt. Und dann ist es, wenn ihr das Radzieht. Und dann solltest ihr euch nehmen. Und dann solltest du dich anbrennt. Dann könnt ihr die Räute.